So, ja, schon. Jetzt haben wir eine Hände, weil ich habe die Hände dabei. Das ist der Hammer. Ich, du. Ey, film die Autos, film die Autos. Kannst du mir hierher schicken alles, ne? Das ist der Hände. Telefonieren. Gibt's nicht? Hallo, das war das Kleine. Schön. Dann passt doch. Da bin ich auch schon ein paar Mal rübergeflogen. Ehrlich? Mit dem Ballon? Ne, mit dem Motorsegler. Schön. Ja, die Schule, die Schule. Sind wir ganz oben? Ja. Ey, das ist jetzt echt schade. Dass wir eigentlich gar nichts davon haben. Mit dem hätte ich jetzt ja gar nicht gerecht, dass du halt noch herstellt. Ja, und ich schaue mir. Der macht halt noch Poli. Ja. Einmal rundherum knipsen. Schick die. Lass das alles drauf jetzt. Oh, die Häuser alle. Schön. Schön. Die Kirche. Willst du da rüber? Ja. Dankeschön rüber. Schade. Schön. Sehr gut, oder? Sehr schön. Aber es wird ja heute auch noch so schön pass, gell? Es ist optimal. Es wird ja sogar. Ob es wenig ist, oder was darf ich leider nicht reingehen, wenn Sie uns hier schon. Ja, wäre es interessant, aber wenn es dringend eher gut geht, dann gehen wir auch nicht vor. Ja, sonst gehen wir schon Früttung essen oder nicht? Ja. Ja. Du bist echt ganz schön. Du weißt, was sie? Ja, das wollte ich mal sagen. Machen wir das jetzt, dann schickst du dich mir über WhatsApp, oder? Mhm. Sehr schön. Ja. Ja.